Hallo, ich bin's wieder, der Roman, und dieses Mal habe ich eine technisch echt raffinierte Deckeneinbauleuchte für euch dabei, nämlich die Reticuli. Die Reticuli hat ein Ausschnittsmaß von 92 mm, also das heißt, ihr braucht ein 92 mm Loch in der Decke und eine Einbautiefe von mindestens 4 cm, dass man hier einfach noch ein bisschen Luft hat, wegen der Hinterlüftung. Sie hat einen weißen Abdeckring, der ist auch relativ breit, also falls man ein bisschen größer ausschneidet, das ist kein Drama. Die Leuchte leistet 10 Watt, und jetzt kommen wir zur Besonderheit, die hat nämlich drei Lichtfarben in sich vereint und ist noch dazu dimmbar. Das Ganze funktioniert mit diesem tollen Treiber, und wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Sobald man Strom draufgibt, leuchtet die Leuchte erstmal warmweiß, sprich 3000 Kelvin. Wenn man dann schnell aus, gleich wieder anmacht, dann schaltet sie um auf neutralweiß, sprich 4000 Kelvin, und dann nochmal das gleiche Spiel, aus und wieder an, dann schaltet sie um auf kaltweiß, 5600 Kelvin. Die Leuchte merkt sich das auch, das heißt, wenn man dann fünf Minuten oder eine Minute brennen lässt, und dann ausmacht das Licht und wieder anmacht, dann startet sie wieder bei der Lichtfarbe, die man zuletzt eingestellt hatte. Und jetzt kommt noch das Besondere dazu, das Ganze ist dann auch noch dimmbar, über Phasen an oder abschnitt, das heißt, wenn ihr die zum Beispiel im Bad einbaut, das könnt ihr nämlich, die ist IP44 klassifiziert, und dann einen Drehtimmer an der Wand habt, ja, an, aus, dann könnt ihr die Lichtfarbe einschalten, und dann könnt ihr sie eben auch noch dimmen. Also es ist wirklich eine super tolle Geschichte, gerade im Bad zum Beispiel, wenn man gemütlich baden möchte, 3000 Kelvin, bisschen runter dimmen, alles gut, oder wenn sich die Freundin schminken will, oder die Frau, dann neutral weiß, dass es die Farbechtheit wieder gibt. Also es ist echt eine tolle Leuchte, großer Einsatzbereich, total unauffällig, eben dadurch, dass es so rein weiß ist mit dieser Opalscheibe, ist wirklich ein super Teil. Alle weiteren technischen Details, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, die findet ihr wie immer in der Artikelbeschreibung. Jetzt bleibt für euch natürlich auch noch eins zu tun, ab in den Warenkorb mit dem Ding, auschecken. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, euer Roman.